Ja, ich war da oben, aber ich hatte noch mal Bock runterzufallen. So, was ist das? Hallo Leute und willkommen zurück zu American Mac G's Alice. Hey, kannst du das nicht mal ein bisschen länger machen? Du gehst mir so auf den Sack, du komisches Vieh, Alter. Ey, schön, wieso auch immer du mich jetzt noch erwischt hast, aber du machst dein Ding da auch nicht mehr hoch, ne, dein komisches Bäuchlein. Geht mir ja voll auf den Sack hier. Ja, tot. Schön. Könntest du noch mal deinen scheiß Bauch da hoch machen? Wie lange soll der Boss denn gehen? Ja, genau, du triffst mich, ne? Ja, tot. Alter, ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich check den Boss nicht, ohne Scheiß. Was muss ich denn machen? Ich kann den nirgendwo angreifen. Außer da unten. Aber das macht er ja auch nicht immer hoch. Irgendwie hab ich mich Bock, da runter zu stürzen. Ja. Ja. Eine Frage, wie soll man das bitte ausweichen? Gar nicht, kann das sein? Ja, natürlich. Kann ich direkt nochmal neu laden. Hör auf mit dem Scheiß, Alter. Ja, natürlich. Wie, wie, wie... Ach, echt. Ja, klar. Komm, mach die Rambock-Attacke. Darauf warte ich doch nur. Ups. Ups. Bäm. Kannst du jetzt endlich mal sterben? Ja. Die kann man nicht ausweichen. Ja. Jetzt fallen die Dinger mich an. Ja. Beide gleich. Sind das beide? Ne. Na, komm. Ja, ja, ja. Mach ich's mir so schwer oder ist der wirklich so bescheuert? Der Boss. Ja, das kann man ausweichen. Ha. Oh, na endlich. Meine Fresse. Ey, das wurde auch mal Zeit. Boah. So, ich will hier weg. Ich will weg hier. So. So. Da drauf. Nein. Oh. So. Ja. Festhalten. Von festhalten hast du auch noch nichts gehört, ne Alice? Ja, halte ich jetzt nirgendwo mehr fest. Wird mich eigentlich voll verarschen. Ist ja schlimmer als Meat Boy. Und bei Meat Boy habe ich mich schon wirklich aufgeregt. Ja. Hast auch keinen Bock, dich nirgendwo mehr hochzuhangeln hier, ne? So. Giftpilzen habe ich noch nie getraut. Aber manche haben wohl ihre Vorteile. Was für eine Auswahl. Ein Giftpilz essen oder den Insekten zum Fraße dienen. Fress den scheiß Pilz, Alter. Alte. Es ist nicht schön, um Meat zu essen. Aber manchmal geht's nicht anders. Wenigstens bin ich wieder groß. Verschwörung der Raupe. Sind wir immer noch ein Teil der Tränen? Oder Wälder des Wunderlandes? Lass mal schneller. Lass dir Zeit. Ich trink mal einen Schluck, ne? Nur die Einheimischen kennen sich hier aus. Und es gibt nur einen Weg zur letzten Schlacht. Okay. Da hinten ist eine Fähigkeit. Was ist das denn? Aber das Gebiet kenne ich auch. Das Gebiet kenne ich auch. Aber ich will das da haben. Was ist das denn? Ja, ich bin jetzt mal mit Absicht in die Lava gefallen. Um euch zu demonstrieren. Näh, oder? Och. Naja, okay. Komm. Ich hab jetzt keinen Bock da. Ich glaub, das hatte da eben gesaved. Bin mir aber nicht so sicher. Deswegen. Ups. Mache ich das jetzt einfach hier nochmal. Weil ich ja so schlau war. Guck mal, wie ich ja nicht gequicksaved habe. Ich hoffe, man kann die Cutscene hier wegmachen. Ich hab euch noch nie getraut. Aber manche haben wohl ihre Vorteile. Nein, kann ich nicht. Ups. Äh. Sorry, Leute, dass ihr es nochmal angucken müsst. Aber ihr könnt auch vorspulen. Es ist nicht schön, um ihn zu essen. Aber manchmal geht's nicht anders. Oh, cool. Wir dürfen den ganzen, ups. Den ganzen Ladebildschirm nochmal angucken. Geil. Hat ja überhaupt nicht lange gedauert. Oh man, echt. Meine Frage ist jetzt. Ist das einer der letzten Kapitel? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, er hatte hier gesaved. Nur einen Weg zuletzt. Ja, hör auf hier rumzulabern. So, nochmal mein Quick-Safe gemacht. Was bist du für ein komischer? Wow, One-Hit-K.O. Aber ich will das da oben haben. Das sieht schön aus. Das will ich haben. Wie komm ich denn da hoch? Ich komm da hoch. Irgendwie komm ich da hoch. Hier. Äh, ja. Ich war da oben, aber ich hatte nochmal Bock runterzufallen. So, was ist das? Sieht aus wie eine Muskete. Ach ja, der Stab des Jabberwockies. Der kenn ich auch. Ich glaub, der ist später extrem wichtig. Ich weiß gar nicht. Hab ich den jetzt? Oder ist das nur ein Teil gewesen? Ich glaub, das war nur ein Teil. Jaja, war nur ein Teil. Okay. Machen wir mal einen Quick-Safe. Also, das heißt, die Teile des Jabberwockies Stab sammeln. Okay. Jabberwockie. Ich schätze mal da lang. So, tschüss. Was ist das? Was ist das denn? Ach, Energie und Mana. Jabberwockies Lair. Cave of the Oracle. Jabberwockies Dings. Ja, dann da lang, ne? Hier rein, was eben sich geöffnet hat. Was seid ihr für Dinger? Ach, ihr. Jaja, euch kenn ich auch. Euch kann man nur angreifen, wenn... So, wenn ihr so seid. Warte mal, war das nicht Nahkampf? Ja. Mana. Für den Papa. So. Wow. Da war so gerade so ein Geflacker da. Das ist aber... Woher kommen die? Ach, nö. Warum habe ich denn jetzt so ein komisches Geflacker? Oh, Kartenfuzzis sind auch mal wieder da. Aber die interessieren mich nicht. Wo lang denn? Rechts oder links? Ach, okay. Die Frage hat sich erübrigt. So. Hier. Bam. Oh, bam. Oh, bam. So, gebt mir eure Energie. Ihr habt so halbe Herzen bis ganze Herzen. Das finde ich cool. So, ich will den Jabberwocky-Stab haben. Katrin. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelschitz in den Hals. Okay. Okay. Ah, ja, okay. Die, ähm... Ja, doch, das sind doch die Viecher. Habe ich doch richtig gesehen. Die Dinger sind überall verstreut. Wenn wir den Jabberwocky-Stab haben, müssen wir gegen Jabberwocky kämpfen. Wenn wir Jabberwocky besiegt haben, müssen wir, ähm, gegen die Herzkönigin antreten. So weit habe ich es verstanden. Glaube ich. So. Saven wir hier mal. Ich weiß nur nicht, wo lange ich muss. Das ist natürlich wieder... Erst Kilian. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Kann das sein? Ich gehe einfach mal wieder zurück. Hey, hi. Los. Ihr komischen. So. Darunter will ich nicht. Auch hier schon wieder. Na ja, ihr seid mir jetzt wenigstens ein bisschen lieber als diese komischen Bombenkäfer. Blöd, Mann. So. Ui, hi. Oh. Ach, der saugt mir die Mana. Kann das sein? Ja. Mana-Sauger. Komm. Kannst du mal sterben? Danke. Guck. Dafür kriege ich Mana wieder. Nice. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir mal... Ja, wo lang? Gehen wir wieder zurück. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Als fast in die Lava zu rennen. Das heißt, wir müssen... Gehen wir mal hier lang. Hey, du. Bäh. So. Tschüss. So, ein Teil des Jabberwockes gerade haben. Majestic Maze und Pale Ream. Gehen wir erstmal in den Pale Ream. Aua. Wow, was bist du denn? Aua. Was bist du denn? Aua. Haut er mir erstmal voll in die Fresse. Mann, du siehst aber lustig aus. Gehen wir in den Pale Ream. Gucken, was uns hier so erwartet. Erstmal du. Na komm. Na komm. Messer. Ähm. Wo ist eigentlich hier mein Freeze-Stab? Da. Bringt der was gegen die? Oh ja. So, hier haben wir Schachfiguren. Ah. Ja, gut. Autsch. Darunter will ich gar nicht. Wieder hoch. Ja, ist ja gut. Hier. Beschäftigt euch damit. Irgendwie funktioniert die Dämonenwürfel nicht. So. Töten wir mal ein paar Bauern. Sind noch Bauer, oder? Ja, ich glaub schon. Ich bin nicht so der Schach-Profi, aber ich mein, das wäre ein Bauernwesen. Was explodiert denn da so? Achso. Sind das die Karten? Ne. Keine Ahnung, was das ist. Du kennst die Züge. Also spiel mit den Weißen. Sie sind zuerst dran. So viel Ordnung inmitten des Chaos verwirrt mich. Die Regelmäßigkeit des Schachbretts verschleiert die Gefänglichkeit des Böhmens. Okay, Leute. Wow. Hier werde ich aber erstmal einen Cut machen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt American MacG's Alice. Also, haut rein.